und herzlich willkommen zu diesem video in diesem video möchte ich euch zeigen wie man mein mac finden benutzen kann was ist mein mac finden mein mac finden ist dazu da um euren mac wieder zu finden was er auch im Mac mal irgendwo verlegt habe oder vielleicht verloren oder irgendwas anderes vergessen keine Ahnung habt könnt ihr ihn somit ganz einfach orten wenn er natürlich irgendwie weg ist kann man auch in den Mac sperren und eine Nachricht schicken oder einen Ton abspielen lassen also gehen wir gleich mal das ganze muss hier erstmals vorher aktiviert werden indem wir erst mal auf den Apfel klicken dann auf die Systemeinstellungen hier gehen wir dann auf iCloud und müssen dann hier mein Mac suchen anwählen falls man noch nicht mit iCloud verbunden ist muss man das jetzt erst nochmals machen einfach mit der Apple ID anmelden dann kann man hier unten mein Mac suchen anwählen und dann kommt hier oben dieses Fenster darf mein Mac suchen den Standort dieses Mac verwenden da klicken wir einfach auf erlauben und dann ist das auch schon aktiviert und jetzt suchen wir den Mac einfach mal indem wir auf Safari gehen und dann gehen wir auf die Website iCloud.com dauert das einen kleinen Moment und dann müssen wir uns hier erstmal einloggen und dann steht hier halt der Name des Macs und dann wird das hier geortet das dauert einen kleinen Moment und dann sehen wir hier vor allen Namen und vor wie vielen Minuten halt geortet das ist jetzt eine ungefähre Position und das muss nicht ganz genau stimmen allerdings weiß man dann halt so ungefähr wo das ganze ist wenn man es zum Beispiel bei einem Freund hat kann man das dann doch relativ deutlich erkennen wenn wir hier mal auf das i draufklicken kommt hier ein weiteres Menü da kann man Fernsperre, Fernlöschen oder einen Ton abspielen oder eben eine Nachricht hinterlassen Fernsperre, Fernlöschen mache ich jetzt natürlich nicht die Fernsperre ist da wird einfach der Computer beziehungsweise der Mac einfach abgestürzt und dann kommt einfach ein Fenster mit, dass man das Passwort eingeben sollte das Ganze kann ich natürlich nicht aufnehmen, deshalb zeige ich das nicht Fernlöschen ist logisch, warum ich das nicht mache aber ich mache jetzt einfach mal Ton abspielen oder Nachricht senden klicken wir einfach drauf und geben hier mal irgendeine Nachricht ein, zum Beispiel dies ist ein Test lass mal einen Ton abspielen, ja, lass mal direkt den Haken drin klicken dann hier mal auf senden und hören schon direkt wichtige Nachricht, dass dies ist ein Test das war's dann schon wieder, dann bis zu sehen, Tschüss